Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie man TNT Kanonen baut. Dazu zeige ich euch drei verschiedene mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Materialliste für die letzte Kanone, die ich euch heute zeigen werde, ist ein wenig komplizierter. Wir benötigen diesmal wieder ein wenig Stein, Wasser und diesmal nur sechs Redstone Repeater. Dann noch 19 Redstone Dust, ein Redstone Komparator, 17 Spender bzw. Dispenser, zwei Leitern, zwei Glas und einen Knopf. Um das nun zu bauen, bauen wir wieder am Anfang drei Steine nebeneinander bzw. jedes Material, was ihr halt sonst verwenden wollt und einen Block nach vorne. Jetzt könnt ihr wieder auf eine der beiden Seiten ein paar Spender setzen, wieder alle nach innen schauen, sieben Blöcke lang. Auf der anderen Seite das gleiche mit Stein. Dann noch an jedes eins dran und Wasser platzieren. Vorne wieder eine Leiter, ein Slap oder ein Braustand. Und da wir hier nun ja doppelt so viel Munition verschießen wollen, müssen wir hier wieder nochmal eins vorgehen und noch eine Leiter platzieren. Dann, weil wir auch die doppelte Anzahl an Schusskraft haben wollen, dann platzieren wir hier sechs weitere Dispenser. Der siebte bleibt frei vorne, weil sonst das zu Problemen führt, da dieser dann häufiger auf der Leiter landet und dann das Ganze zerstört. Über das Wasser wieder einen Block setzen und hier auf der anderen Seite gegenüber der Spender einmal mit Stein auffüllen. Nur hier vorne bei den Leitern bleibt das frei. Gegenüber der Leiter könnt ihr nun noch die restlichen vier Spender platzieren und hier noch ein bisschen Glas platzieren. Jetzt können wir hier hinten den Knopf platzieren und einmal nach rechts eine Redstone-Leitung über die Spender platzieren. Bis nach hier hinten. Auf der anderen Seite wird das schon ein wenig komplizierter. Hier müsst ihr noch ein wenig Stein setzen, nach hinten. Und hier, um dann hier einmal Redstone hochzulegen, um von hier aus dann fünf oder sechs Repeater zu platzieren. An den Schluss kommt noch ein Redstone-Komparator. Den müsst ihr mit Rechtsklick umstellen, sodass diese Lampe leuchtet. Und dann müsst ihr hier an der Seite nochmal vier Steine mindestens platzieren, bin ich sogar acht, um dann hier in den Komparator einen Redstone-Repeater reinzuführen und das Ganze mit Redstone zu verbinden. Nun legt ihr noch über die Spender einmal Redstone und nun könnt ihr einmal testen, wenn ihr hier auf den Knopf drückt, dann wird dort mehrmals Redstone angemacht und wieder ausgemacht und hier einmal kurz an. Jetzt solltet ihr hier noch die Redstone-Repeater ein wenig verlängern. Außer den, der in den Komparator führt, hier ganz hinten. Dann könnt ihr das Ganze nochmal ausprobieren und könnt nun das Ganze mit TNT befüllen. Nachdem ihr das mit TNT befüllt habt, könnt ihr wieder auf den Knopf drücken und so sollte das Ganze dann aussehen. Das streut ein wenig mehr, erzeugt aber sehr viel Schaden. Falls ihr hier nun weniger Streuen erzeugen wollt, könnt ihr hier noch so einen kleinen Lauf bauen. Dann müsst ihr einfach dann ein wenig rumprobieren, wie es euch am besten gefällt. Dann schießt das Ganze ein wenig flacher. Das Ganze könnt ihr aber auch ein wenig variieren. Dadurch verändert sich ein wenig das Schussverhalten. Das war's dann aber auch schon wieder mit diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben, einem Abo, einem Like, Feedback in den Kommentaren und Vorschlägen, was ich als nächstes vielleicht so bauen soll, wozu ich ein Tutorial machen soll. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.